Und deshalb wusste ich, dass ich im Prinzip nur das kriege, was die anderen nicht wollen. Und jetzt sollen wir doch mal ehrlich sagen, wenn sich bei mir ein Hamburger bewirbt, jede Woche, kann ich Ihnen alle zuschicken, wenn Sie wollen, kriege ich eine Initiativbewerbung, wir wollen Ihren Betrieb besser machen, ich bin ein toller Vertriebsleiter, ich bin ein toller Einkaufsleiter, ich bin ein Personalcoach. Da frage ich mich mit meinem Volksschulverstand, kann das stimmen? Wenn der so toll wäre, warum behalten ihn die Hamburger nicht? Der hatte doch vorher zig Stellen, warum ist er dort nicht geblieben? Und wenn die ihn alle nicht wollen in Hamburg, dann brauche ich ihn auch nicht.